Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bloodborne. So, ich bin jetzt irgendwie ein bisschen weiter als vorhin, dachte ich auf alle Fälle. Und ich tuch mal, was hier unten ist. Ich vermute nämlich ein Bosskampf. Oh, ja, fuck, shit, damn! Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin schon fast tot! Untertitelung des ZDF, 2020 Es will und will nicht klappen Es will und will irgendwie nichts klappen Einfach nichts! Nichts funktioniert! Nichts! Und die Bosskämpfe erst! Mann! Mensch! Ich will ganz kurz gucken, was hier unten ist Ob das irgendwo... Woowowowowowowowowow... Woowowowowowow... Ja, ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ist ja gut. Bin schon weg. Bin schon weg. Bin ja schon weg. Braver Hund. Immerhin ist der Weg nicht so weit zu dem Boss. Ich werde sicher wieder etwa 20 Versuche haben. Mal gucken. Ich denke aber, dass ich die, die da oben stehen und mit Feuerbällen auf mich runterballern, dass ich da eventuell... Eventuell... Hat es da auf der anderen Seite noch was? Ganz kurzes Nachsehen. Ich vermute, dass ich die eventuell mit meiner Kanone niederfeuern kann. Das wäre natürlich richtig schön. Zugestört. Das Spiel ist so gestört teilweise. Ja, das habe ich gesucht. Noch mehr Wissen eines Verrückten. Es bringt mir aber nichts, das Wissen eines Verrückten. Ich bin da schon bei 26. Da war ich vorhin schon. Ja, ich habe hier definitiv eine Aufkürzung. Drückt mir die Daumen. Wir gucken, was passiert, wenn ich hinter dir lehe. Warum tust du nichts? Das kann ich euch da oben eigentlich nicht anvisieren. Doch, kann ich. Okay, dann probiere ich gleich was aus. Und zwar, dass... Nein, das klappt nicht. Ja. Ich glaube, ich stecke fest. Ich glaube, ich stecke fest. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich habe den Boss gecrackt. Beim zweiten Versuch Betrug Bloodborne Betrug Ich habe gerade so Freude Ich habe so Freude Das Spiel nimmt so viel Aber teilweise gibt es auch Teilweise gibt es auch Fuck yeah Beim zweiten Versuch Ich habe ihn gecrackt Oh man Yes Oh gut Wo geht es hier hin Oh man ich immer noch Euphorie Oh shit Wahrscheinlich bin ich der emotionalste Spieler Überhaupt Oh ich will gar nicht was ausprobieren Wenn ich schon am Betruggen bin Na geht nicht Also Was ist das Was ist das Was ist das Show me what this is Das ist nie ein gutes Zeichen Ja wo bin ich jetzt Also gut Ich habe 44.000 Die gehe ich jetzt ausgeben Und dann komme ich hier nochmal zurück Mann First try Second try So geil Ich wünsche Blutechos zu kanalisieren Ich mache da nochmal ein bisschen Gesundheit hoch Als nächstes brauche ich 26.000 Ist ja gar nicht viel Und dann will ich nochmal nachsehen Und dann will ich nochmal nachsehen Ich möchte nämlich Den hier nochmal verbessern Zweimal So jetzt sollte ich ihn noch verstärken können oder Na es geht nicht Schade Das ist echt schade Hast du noch was interessantes für mich? Die meisten Der heiligen Kelche Liege tief unten Im Graf der Götter Und die wenigen Die an die Oog gingen Die doch Die doch Die doch Die er wurde Ich habe so das Gefühl Es kutscht immer ein bisschen das gleiche Also Gegenstände erlang Und jetzt habe ich wieder mal einen Boss gekillt Das heisst ich könnte vielleicht Was cooles bekommen Nein Natürlich nicht Komm ich kaufe einfach mal das von Pater Gascoigne Und zieh das mal an Zieh das mal an Wo ist es? Pater Gascoigne Gascoigne Kaube Upsana Ne ich finde Warte mal Die Kombination so finde ich ganz schick So laufe ich jetzt rum Ich habe ihn gekillt Es hat nicht lange gedauert Ach so geil So geil Ich will eigentlich gar noch nicht im anderen Gebiet weitermachen Eigentlich will ich da noch nicht weitermachen Warte mal Ich kaufe mal 10 Stück Geht nicht Ich habe immer noch Freude Habe ich den eigentlich schon gekauft? Ich weiss es gar nicht mehr Ich weiss es gar nicht mehr Nein Spendet Licht Kriege ich den auch in die Schnelltastenauswahl rein Das wäre natürlich schön Das wäre natürlich schön Den brauche ich nicht mehr Ne den brauche ich nicht mehr Weil ich jetzt eine Kanone habe Das heisst ich nehme da das Lichtlein rein Wo bist du? Liebes Licht So Also gut Ich mache es so Ich reisse hin Unterirdisches Ankunftsplatz Verlassenes Schloss Unterrichtsgebäude Zweiter Stock Das ist schon das nächste Gebiet Holy Moly Verlassenes Schloss Kanehurst Okay Ich bin in Boss Tötstimmung Wahrscheinlich trügerisch Das heisst ich gehe jetzt noch nicht ins nächste Gebiet Weil so wie es aussieht sind das da vier Etappen Und jetzt bin ich schon beim höchsten Punkt angelangt Aber ich habe den Boss nicht echt richtig getötet Das war absoluter Betrug was ich gemacht habe Also Betrug Ich habe mich da irgendwie geschafft Einzuklemmen Und den dann so gekillt Ist ja aber eigentlich nicht das Ziel Das heisst ich töte jetzt zwischenzeitlich noch den hier Beziehungsweise renne mal hoch Mach mal einen Versuch Und in der nächsten Folge Probiere ich es dann ihn richtig zu finden Naja komm ganz erfahren Zu welchem Zeitpunkt ich da oben hinkomme Wenn wir dann gegen die 20 Minuten gehen Muss ich nicht mal einen Unterbruch machen Also gut Wo war der Weg schon wieder? Hier war es nicht Hier war irgendwo eine Trüppe Mädels Seit wann bist du so schnell? Seit wann seid ihr so schnell? Meine Siegesserie ist zu Ende Ich glaube es nicht Das kann es doch nicht sein Warum tust du mir das anspielen? Ich lieb dich doch Du liebst mich nicht Warum tust du mir das anspielen? Ich lieb dich doch Warum liebst du mich nicht? Ich renne gleich hin Aus dem Weg Nichts gekreische hier Ich will nichts hören Und gleich hoch Was ist das? Was ist los? Ja Was war das? Falcon Kick? Glaube ich auch Mann Huch du Elender Huch Huch Also Jetzt Hier war es Das da hinten Sieht mir doch verdächtig Nach einem Gang aus Ah nee Es trippelt und trappelt Aber irgendwo unter mir Na egal Dann hoch Huch zu dem Eisigen Gut Ja der Weg ist nicht Unbedingt ideal Der Weg ist nicht Unbedingt ideal Aber gut Was willst du tun? Man kann es nicht ändern Ich frage mich Ob mir die Kanone Bei irgendeinem Bosskampf Mal den Arsch rettet Rein theoretisch Sollte es schon Macht ja auch Schaden Macht noch schönen Schaden Ja Gut Okay Ich mache hier aber eine Pause Und in der nächsten Folge Heißt es dann König Zombie Typie Wie der auch immer heißt Und in dieser Folge Haben wir es geschafft Mann Fuck yes Zweiter Anlauf Und der Elender Boss war tot Er war Tot Tja Aber ich mache einen Cut In der nächsten Folge dann Zombie König Bei Bloodborne Ich freue mich drauf Bis dann Sincron something